Moin moin Hero Maniacs, hier ist Ascha und ich begrüße euch heute zu einer kleinen Streaming-Ankündigung. Und bevor ihr weglauft, weil ihr diese Streaming-Ankündigung kennt und ich euch ja eigentlich nur sage, hey, ich bin jetzt drüben live auf Twitch, bleibt kurz eine Sekunde, denn ich will euch kurz sagen, was heute im Stream alles passieren wird. Ich hab's gestern schon via Twitter angekündigt, heute gibt es nochmal drei BlizzCon Virtual Tickets für euch zu gewinnen. Blizzard hat mir die ja zur Verfügung gestellt, insgesamt waren's fünf, zwei haben wir schon in Livestreams rausgehauen. Heute gibt es nochmal drei Tickets zu gewinnen und ja, falls ihr nicht zu BlizzCon reisen könnt, könnt ihr quasi das ganze live von zu Hause aus verfolgen, aber ihr bekommt auch diese richtig geilen Goodies, wie zum Beispiel den tollen Winston-Skin, jetzt musste ich gerade überlegen, wie er heißt, den guten Winston-Skin bekommt ihr und so viel mehr. Also kommt rum, drei Tickets heute im Verlauf des Streams, die ich verlose. Ja, gleichzeitig wird es aber ein besonderer Stream deshalb, weil es der, ja, möglicherweise letzte Livestream von meiner BlizzCon Reise wird. Nächste Woche Dienstag begebe ich mich quasi auf die Reise und ich würde mich sehr freuen, wenn viele von euch vorbeischauen, wenn wir nochmal ein bisschen gemeinsam Overwatch zocken. Ich werde aber nach, war nach ein paar Stunden Overwatch heute, die ich zum Start des Streams spiele, später vermutlich auch auf Mario Odyssey wechseln und das mit euch ein bisschen erkunden, vielleicht auch Assassin's Creed Origins. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was wir heute im Stream tun können. Ja, deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das ist der große Farewell-Sascha-Stream. Ähm, ich komme natürlich zurück nach meiner USA-Reise, aber ich würde mich einfach sehr darauf freuen, wenn viele von euch vorbeischauen, wenn wir ganz viel Spaß heute haben und ich sage dann mal ein bisschen wenigen Minuten, denn der Stream ist heute vorab circa 11 Uhr live und, naja, ich vermute, er wird, ja, doch relativ lange heute laufen. Also, wenn ihr das Video erst am Mittag oder Nachmittag seht, kommt einfach rum. Also, wenn ihr das Video erst am Mittag oder Nachmittag seht, kommt einfach rum.